Knacken wir mal das Schloss. Haben wir ja inzwischen recht gut drauf. Ich zumindest. Jawohl. Ja. Gesagt, getan. Was? So. Auf der PS3 soll das wesentlich einfacher sein. Oh, 7500. Naja, naja. Ja, erforschen wir hier noch kurz den letzten Rest und prügeln uns dann dort hinten. Na klar, hier komme ich natürlich nicht hoch. Wieso denn auch? Aber hier. Aber hier. So, schlagen wir uns da hinten mal. Eine Runde. Auf dem Schiff. Okay, cool. Halt dich da raus. Uh, das war geil. Ach, verdammt. Da habe ich falsche Taste gedrückt. Ja. Alter, voll gegen den Schädel. Scheiße, Mann. Ja. Ehrlich mal, ich habe den bisher noch gar nicht getroffen. Ach, verdammt. Da habe ich was völlig übersehen. Moment. Ah, scheiße. Das ist wesentlich besser, wenn ich dann Leertaste drücke. Oh, cool. Kann ich den noch plündern? Na, was hast du bei dir? Ich habe überlegt, den gerade mal ins Wasser zu werfen. Den Schmuggler in Boston finden und zum Kampf herausfordern. Werden wir auch noch machen. Wir kommen ja sicherlich noch mal nach Boston, denke ich mal. Ich bezweifle, dass es das dann schon war. Aber das machen wir später. Erstmal wird jetzt der Aussichtspunkt dort erklommen. Und dann sind wir auch schon bald bei der nächsten Hauptquest. Ich glaube, das war ein Treffen mit dem Vater. Mal schauen, was dabei rauskommt. Oh, kranke Zivilisten. Ja, klar. Oh, ein Kerl. Na gut. Dein hätte der nicht kriechen können? Ja, gut. Ich habe mich angesteckt. Ich weiß nicht. Ich habe mit keinem Kranken gesprochen. An Anfang. Weiter zu. Dann werden wir uns unterhalten. Okay. Was kann man hier machen? Achso, das ist Bürgerwehr, ne? Ja, genau. Ja, komm. Nice. Alter, das war wieder so geil. Ich liebe das, wenn so mehrere gleichzeitig ausgekontert werden. Das ist ja mal sowas von geil einfach nur. Bitte. So. Noch kurz hier den Lappen abreißen. Alten Fetzen. Dann muss ich hier hinten irgendwo hoch. Hau ab, du dreckiger Mischling. Weg, weg. Hau ab, du dreckiger Mischling. Weg, weg. Hau los ab, du Flugwaster. Weg, weg. Hau los ab, du Flugwaster. Weg, weg. Herzlichen Dank, Mäster. Diese Hunde waren krank, glaube ich. Glaubt er. Voll viele Trümmerruinen hier. Oh, geil. Auch nicht schlecht. So, dann wollen wir mal sehen, wie ich da am besten hochkomme. Da schon mal nicht. Vielleicht hier vielleicht irgendwie. Ah, hier komme ich auf jeden Fall schon mal nach oben. Das ist ein Anfang. Was? Wo? Ach da. Jawoll. Wow. Oh yeah. Ah, das ist abgefackelt hier. Wow. Okay, ich dachte, da falle ich runter. Okay, warum kann ich hier nicht synchronisieren? Ah, toll. Geht nur da. Ich stand viel weiter vorne, bin ich der Meinung. Hm. Jetzt stehe ich wieder hier. Oh, geil. Alter, wie viele Truppen sind denn hier? Oh, da gibt es wieder was zu tun für mich. Das ist doch schön. Oh. Haha, jetzt kriegt er von zwei in hier aufs Maul. Danke, Kollegen. So, aber für die Frechheit. Bam. Zack. Jawohl, ja. Und der ist auch hinüber. Gut, ich mache mich mal hier ein bisschen vom Acker gerade. Wäre eigentlich auch geil, da eben aufs Pferd zu hüpfen. Kim, glaube ich, ziemlich episch. Naja, wenn ich schon hier bin, haben wir ja auch eben fix hier den Aussichtspunkt, ne? Nee, mache ich nicht. Hallo? Soldaten jetzt. Boah, springen muss ich da. Oh, yeah. Laden wir hier oben mal nach, ganz entspannt. Okay, da ist er, merken, da ist der Heuhaufen. Dann springen wir auch in den Heuhaufen rein. So, einmal nach Seite haben wir hier. Die bleibt da natürlich nicht lange. Oh, verdammt. Jawohl, ja. Das hätten wir ja. So, ups. Machen wir hier nochmal kurz, äh... Oh, zusammenschlagen. Okay. Ähm. Falsche Taste. Uiuiui, da haben wir aber doch noch einiges entdeckt. Wieder mal. Fäuste, okay. Joa, den kann ich nicht auskontern. Wollt ihr mich irgendwie verarschen? Oh, so ein Pech, altes Haus. Oh, ja. Bist gleich tot, Junge. Alter, wie die mir auf den Piss gehen hier. Jetzt gibt's Tote. Jetzt gibt's Tote. Oh, naja. So. Ach, komm. Schieb ab. Halt du dich da mal raus. Ah, sehr schön. Entwaffnen, muss ich mir mal merken. Ähm, Fäuste. Ich muss ihn ja noch ein bisschen weich prügeln hier, ne? Ne, muss ich gar nicht. Gut. Oh, wie er die Hosen voll hat. Lebt der jetzt noch? Ja. Scheinvoll noch zu leben. Naja. Wenn ich schon dabei bin, klündere ich die auch gleich leer. So krieg ich ein bisschen Kugeln. Ja, nachladen mache ich gleich fertig. Ich will erst mal hier eben mal. Erst mal mal eben mal. Uiuiui. Oh, da hab ich R gedrückt anstatt E. Okay. Okay. So, der gute Connor darf mal nachladen, während ich hier schnell einen Blick werfe. Befreiungsmissionen gibt es da hinten. Die mache ich mal eben. Und dann fehlt nicht mehr viel. Ach du Scheiße, ich habe schon wieder Bekanntheitsgrad 2 hier. What the fuck. Dann versuche ich mal ein bisschen Offroad hier zu bleiben. Alter, wie geil war das denn, ey. Ja, Kleiner, hau lieber ab. Ach komm. Ich will doch... Alter, der soll mal aufhören. Alter. Kann der mir mal den Gefallen tun und endlich drauf gehen? Alter, wie hier. Doch, hast verfehlt. Zack. Jawohl, ja, daraus wird wohl nichts. Zack, zack. So, der ist noch übrig. Das ist sehr gut. Dann reden wir doch mal ein ernstes Wörtchen mit ihm. Lass mich gehen, bitte. Ein Rekruter hat einen neuen Rang erreicht, ja? Das Gespräch ist bereits vorbei. Ah, gut. Könnte man jetzt rein theoretisch? Nee, kann man nicht. Gut. Mal ein Blick auf die Map verrät uns. Da gibt es eine Almanachseite. Ich würde sagen, das hier mache ich noch, die vier Sachen. Deswegen fangen wir mal mit dem Aussichtspunkt. Nee, mit der Almanachseite fangen wir mal an. Dann geht es auch schon auf die nächste Hauptquest zu. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Man kann sich ja echt verlieren hier in dem Spiel. Also, die Story schnell verlieren. Gibt ohne Ende Nebenmissionen und so. Oder Sachen, die man nebenbei erledigen kann. Wer war das? Jawohl, ja. Haben wir es. Geilo. Joa, komm. Scheißen wir auf den Aussichtspunkt. Befreiungsmission. Zack. Wird nicht lang dauern. Recht hast du gehabt. Das nenne ich mal effizient. Das geht... Oh, verdammt. Na scheiße, ich wollte eigentlich gerade von der Wand abspringen, noch. Ach, komm. Jawohl, ja. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Oh, okay. War das die Befreiungsmission? Ich hab's. Ja. Ja.